heute erwartet uns hier die wuhus gruselgrotte das heißt drei werden sich fürchten einer kommt hier heil heraus und wird zum könig gekürzt nach meinen fast grandiosen sieg im letzten brett hat leider den sieg weggeschnappt aber jetzt könnte es vielleicht anders laufen wir schauen mal aber erst mal hallo und herzlich willkommen meine lieben rete freunde hier bei natürlich die rete so sie noch und der esel netzig noch zum fluss der laurie ist natürlich auch gut einstellung ok bereits zum gefecht das werden wieder 20 runden und ich wo ich 18 davon am abkotzen bin 18 davon retro hassen tust also im story modus war es echt echt okay das brett ja ich glaube ich mein ganzes glück schon aufgebaut von daher so ich bin wario du siehst der titel für deine mario ja gut ihr seid nun alle hier willkommen der gruselgrotte der weg zum superhelden in dieser finsteren fels höhle ist steinig doch zunächst wird noch die startrein folge ermittelt ich bin mir echt unsicher ob ich vielleicht einfach mal hoffen sollte als letzter zu ziehen du arsch letzter bin ich gut weißt du da bist du als letzter ziehen nah das sagt das spiel direkt nein sagt das spiel direkt das ist so lächerlich wenn es schon so los geht na dann können wir es eigentlich auch lassen so wo ist er denn her stern und oben dafür müssen aber erst mal den auch noch den wump wegbekommen und dem körper mit schlüssel oder schlüssel auch ich glaube wir müssen sie kommen nicht hoch den grüste weg mit münzen oder wie man sehen mit fragezeichen fällt mit nur oder ja ich glaube nur oder mit dem giftpilz weiß nicht manchmal sagt er auch wenn du dieses oder dieses item hättest dann hätte ich platz gemacht aber ich möchte ja ich ungarne münzen ausgeben um euch platz zu machen ja zu bezahlen funktioniert auf jeden fall nicht ach so gut weil ich hatte da teilweise echt viel geld und kam da nicht vorbei also sie könnte ja gleich fraz hinkommen ist sie noch da hallo hallo ohja Sieger hat nen r-knopf gesucht Erte erste Fahrzeichen oder blau Hätte Das ist in die Freude schon wieder so groß Fahrzeichen oder blau Maaann ey Warum Ah ne, es ist bloß das, ok, da wird Susi direkt drüber geschickt. Ja, GG an Susi. Aber Susi könnte zum Boom kommen, dadurch. Was lacht du denn, Mensch? Was ist denn hier los? Oh, Mann. Ohne 10. Also, wir müssen ja alle bis jetzt ziemlich hohe Zeit. Na, ich nicht, glaube ich. Ja, pass auf, pass auf, du landest direkt auf der Kubabank. Ja. Würde mich zumindest nicht wundern. Ja, glaube ich, mach keinen Fahrzeugen. Nee. Ja, na gut, hätte ihm ja auch nichts gebracht. Er wäre dann hier dort oben auf dem roten Feld unter dem Start. Haha, was hast du hier gesagt? Es geht schon perfekt los, Junge. Oh, ein Arschloch. Sushi, du weißt, was du zu tun hast beim Buhu, ja? Oh, erste Runde. Ja! Nee! Ist klar, ist klar! Ah! Ah, ich hab da schon... Ich hab da schon... Ich hab da der Rätung. Duffel, spurt. Ja, haben wir verloren. Toll. Das hast du auch schon verloren als Einzelspieler, also. Ich muss nur nervös werden. Ach, das ist das, ach so. Und wann war das? Wer hat die Arschkarte? Okay, äh, Susi muss A, B drücken. Ich hab die... Das... Diese komische Spinne. Ausgarte. Ja. A, B, abwechselnd. Warte, nochmal ganz kurz, ganz kurz nochmal bei mir, bitte. Okay, okay, das ist die Reihenfolge. Okay. Du musst A, B, ganz schnell A, B drücken. Abwechselnd. Nee. Abwechselnd, A, B drücken. Huh. Abwechselnd, sicher? Äh. Ja, abwechselnd, A, B, schnell. Schnell, A, B drücken. Bam, 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 bam. Schneller. 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 Los. Ach. Komm, 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 komm. Ach. Oh. Ja, Retro sich nicht treffen lassen. Ja, warum muss ich nicht treffen? Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Ey, ich hab das so gut gemacht. Ja, aber das Spiel ist halt... Mies. 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 Komm, Retro verrecke einfach. Komm, jawoll. Genau ins Gesicht. Ja. Und nochmal. Schön ins Gesicht rein. Komm, Waluigi, zieh. Zieh, zieh. Und... Yeah. Ah. Oh, wie dumm ist er. Oh, ey. Gott, viel. Schwach. Ganz, ganz schwache Mini-Spielleistung. Ja, natürlich. Sehr gut gemacht, Dusi. Die geht's mir nicht weiter. Oh, Mann. Alter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Oh Gott, okay. Ja, dann kann ich auch umlaufen. Jetzt wird's ja dastehen, was er sagt. Ja. Ich bin König. Warum hättest du jedoch einen Skelettschlüssel über dich aufstehen? Ah. Okay. Ich weiß bloß nicht, ob der bei jedem was anderes sagt. Das wär natürlich... für Schilden. So. Ja. Warte mal, ich muss noch mal auf die Karre gucken wegen Skelettschlüssel, was er mir bringen würde auf dem Platz. Ich könnte halt drüber, aber hab das jetzt, äh... Ja, komm. Was kostet die Welt, ne? Ja. Sind fünf Minuten. Ja. 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 Na ja. Was für was wäre. Ja. 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 hang. Wir wollen den Stern ausgezogen haben. Ja. Sehr gut! Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. startet aber ich habe das gefühl er startet zwar am weitesten hinten aber der hat trotzdem irgendwie in kürzesten weg was er in der kurve aufholten des geistesgang z noch mal 3 bei mir was hat du kannst du bähnen ich habe immer eine faule dabei nein alter spekuliert drauf das war er wechseln das muss ich durchziehen ja ich heiße jetzt kommt zur wand werde gute kriegt und mann ich rutsche nur so ein schnauze ja gut ist seit glücksspiel na ja ja das hat nichts mit skill zu tun dieses game ich bin auch noch dran normalerweise also stark das bringt mich vorwärts so sie kommt auch bald beim buch das macht natürlich so ein so wie wir eigentlich und rolle ist aus ist doch nicht dein ernst jetzt mann doch geht doch mit der schlüsse kaufen zur sicherheit oder oder pilz oder telekauf oder war ich hätte noch zwei münzen braucht ja ja das ist weil du retro gewinnen lassen hast selber schuld das ist gut damit landest du hinterm pump ich muss jetzt gewinnen machen ich muss jetzt gewinnen machen ich bin richtig was gebraucht item gehen wir nicht schlecht kampfspiel oder die frage ist ob sich das dann ändert wenn einmal jemand dort ein skelettschlösser hatte und ob es reichen oder ob man den auch abgeben muss chaos kaputt das kommt doch jedes mal glaube ich zu sie doch nicht steckt zu sie wieder bei mir ab ja 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 ich muss gewinnen ich muss gewinnen ja dann musst du gewinnen musst du dann immerhin nicht alleine gewinnen wenn du dann mit gewinnst ich halte den Mund machen ich fühlst mich vorgekommen ich will ein Foto machen also jetzt habe ich mir nichts gemerkt ok go doch ich habe mich was gemerkt doch nicht scheiße scheiße das ist ein Dreieck wie denn? das ist ein Kreis bei mir nichts aber das ist falsch was du gemacht hast das war barely ich war das ist 처음 j¿ aber noch richtig? auch wie genau richtig 2 falsche nach oben Susi, hast du wieder bei mir abgeguckt? Ich hab doch den 3! Zum Schluss, ja! Kannst du dir einen Stern holen? Hab ich nicht so scheiße Waffe? Wir haben einen 1! So, 7 hab ich schon noch. Okay, okay, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7, oder 1... Oh leid, wir sind schon 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann müsst ihr was, ich geh einfach rüber. Macht euren Scheiß allein näher. Ach Scheiß, ich muss auch noch drauf springen! Oh noch! Achso! Oh yes! Das wär jetzt noch frech gewesen, wenn ich 5 minzen zahlen, dann krieg ich nix dafür. Ach ja... So, mal sehen! Ja... Bravo! CG an der erste Stern! da drüben waluigi auch schon 20 münzen ja 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 für drei münzen ganz so korte jetzt jetzt 20 jetzt erfasst noch ein gericht das war luigi scheiße überwürfelt aber dann brauchst du trotzdem quatsch oder kriegt münzen jetzt es ist schon wieder so lächerlich dieses game sagt er jetzt ich zeigte ich mache mir gar keine hoffnung das kommt der andere seite oder auch nicht muss ja wohl am rum vorbei super eine münze kannst du richtig kohlen machen gerade in der kuba bank man könnte mir nie spielen so kriegst du wohl auch was schönes oder drei ja komm noch ne zauberlampe ja komm ein item ein item und wer den reingedrückt du kriegst bestimmt jetzt eine zauberlampe na aber es war oder eine geisterglocke kriegst du jetzt denk ich das ist ja wirklich schön schmall hm 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 von jahr von ist von halt um du lachst so dreckig also soll ich drücken über ich drücken soll ich drücken was ist das denn was ist der achso seid ihr beim story mode schon mal dochst du da beim shi�gai dann nicht konversuchen wenn du fall nicht schuzt naja das shi gai gm Das könnte ich jetzt auf einen von euch übertragen Oder auf mich selber nutzen halt Achso, du löst dann automatisch Das Shagay Game aus Ich dachte, du könntest dann vielleicht sagen Wenn du falsch liegst, okay, dann Nein, nein, nein MPIQ, Alter Na, das ist ja diese Frage-Antwort Na, guck mal Hauptsache es sind nicht solche räudigen Fragen wie bei mir Ja, wie viel Rote-Belle Ihr müsst mal lesen Ich habe sie geriert, oh Mann Muss ich kurz überlegen, Alter Ein Stern bestimmt, so Ich hätte jetzt gleich R zocken müssen Sterne gegen Scheiße Ich habe keine Ahnung Yes Potze Sterne gegen was Keine Ahnung Jetzt muss ich eh noch hinaussetzen Das ist die Chance für Lauri X, drück X, Schatz Was denn jetzt? Stopp, Mann! Das ist weg, Alter Weckt das jetzt die ganze Zeit, oder? Drück einfach X Jetzt geht doch nicht mehr weiter Aber, aber was ist denn das für eine Frage? Ich meine, zwei Leute haben einen Stern Ja, desync Ja Das ist doch Bei mir und Susi Auf geht's, komm Gib mir jetzt was Geiles Ja, dann kann ich so rüber Muss ich nicht bezahlen Ist doch auch was wert Klar, ich hätte auch runtergehen können Und auch spekulieren können Dass Waluigi verkackt jetzt beim Stern Aber Naja, wollten sie hier holen Ich denke auch Hä? Gut, ob ich's Waluigi Das hast du ja auch nicht dankbar Den Stern zu holen, Reto Ob ich's Waluigi Waluigi da hinkommt? Ja War es jetzt mal auch so Achso, ja Ich denke, dass das Vorher schon bestimmt ist Bei der Party Ja Ich frage jetzt, ob Susi Jetzt nochmal einen Block bekommt Denn das ist ein Stern drin Ey, das wäre richtig frech Ah, ne Gut, Fragzeichen Kriegst keinen Block Jetzt könntest du ja wohl auch hoffen Ah, das ist das dritte Ereignisfeld für Susi Was? Ereignisfeld Das war das dritte Ereignisfeld Das hat's nie würfelt Ähm, ne Keine Ahnung Sieben Ja, aber wir waren auf blau jetzt Ja, am Ende jetzt War Waluigi ist bei euch auf dem Bowserfeld? Noch nicht Jetzt hat er sich gerade einen Stern geholt Oder D sind Ja, D sind Nächster Versuch So, mal gucken, was ich jetzt würfel So, hoffen wir mal, dass du hinkommst War klar War klar Ich wusste es Ah, Waluigi bleibt trotzdem vorm Stern stehen War gut, dass du noch 20 Münzen hast Also vom nächsten Stern Mal gucken, ob ich jetzt wohl in der Geisterglocke gehe Nee Nee, ne Zauberlampe diesmal Ja, naja Oh, ein Dreckskind Du bist ja vor mir dran Also Aber, aber was wäre dir lieber Wäre dir die Geisterglocke lieber gewesen Oder bist du zufrieden mit der Zauberlampe? Ja, bring uns mal weiter rüber Finde ich gut Ja Ich weiß nicht genau Das Lampe schätze ich jetzt mal Der Lampe ist schon gut, schätze ich mal Ich finde die Geisterglocke eigentlich fast geiler Kommt natürlich drüber hin Weißt du, so Die Zauberlampe Du hast ja am Ende 40 Münzen für einen Stern Das ist irgendwie nicht so richtig Alle gehen so Ah, so ein Schmach Die Reden gegen den Ehen Halten Das ist das, wo du an dem Baum hin und her schwingst Ach, das zu suchen Also was Also einer fängt und einer schmeißt Ja So, wer ist der Fangende Du musst schmeißen, ich muss fangen Wird gleich meine Dreierkirsche Halten Halten Ich halten Jetzt sag ich jetzt nicht Oh Ja, wau schon mal Fang doch mal, ey Du Lappen Ich hab doch Was willst du denn Die könnte ich nicht kriegen Oh, Waluigi Ach Waluigi, du bist ja vollidiot Ey, der muss die bloß hinten ablegen Und der hält die dann noch dreimal fest Waluigi war der Fangende Ja Na, der hat gut gefangen Das ist nicht das Problem Aber der hat die dann hinten nicht losgelassen Weil der dämlich ist im Korb So, Runde, wenn du nicht schaffst Ich weiß gar nicht, was es da so doof zu lachen gibt So, jetzt aber Dann wird die Runde beendet Damit geht der Titelverteidiger wieder in Führung Ja, jetzt ist er natürlich noch näher Ich dachte, er war schon vorbei Nee, der hat ja bloß ne 2 gewirbelt Für 10 Münzen gibt's jetzt nicht Sputternose Nochmal Ey, das gibt's nicht Also, Ereignis stand Fast schon zählt Ja, der ist durch Der ist durch Der brauchst, ey, nix mehr Der brauchst keine Ansprüche mehr erheben Der ist durch So, Waluigi, holen wir Ich denke, es dürften 3 Sterne drüben bei uns sein So, wir zwei stehen schonmal bis der Jutta Stimmt, dort oben ist er hin gekommen noch Stimmt Danach kann er ruhig mal rüber Ja, danach kann er dann rüber Gut, ist mir eigentlich egal Ja, ich nehme jetzt Ich kann mich dann noch zögern hier Ich kann zumindest keinen Stern verlieren Ja, genau Ja, genau Ah, ne, fünf Runden vorbei Ich bin schon wieder dezent, genau Ich glaube, jetzt kannst du Glück haben, dass er so weit vor dir spawnt Pass auf, der spawnt direkt hinter mir Unten, ne, unten, was auf Na, war klar Ja, da ist alles so sinnefrei Da ist alles so sinnefrei Da ist alles so sinnefrei, denke ich Hm Hm, wieder zwei Gin-Snap Pass auf, ich krieg jetzt Fischfinger Felskörler Felskörler Oder Felskörler Oh, nicht besser Oh, nicht noch schlimmer Oh, das ist doch so sinnlos, ey Oh, ich hasse dieses Spiel Fünf Runden vorbei ist Aber kennst du von Mario Party Vier oder fünf Kachelturm, kennst du das? Ja, das ist auch so gut, ja Das hat du dir als Das hat Da hab ich als einzig Spieler verloren, Alter Was sag ich Was du möglicher seh Man, war nicht Die kommen doch noch nicht Meine Seite hier Schöne Ja, das würdest du da machen Wenn du mehrere Steine werfen könntest, so Aber so Das ist nicht immer zehn Jahre dauern, würde Ja, also, das kannst du nicht machen Ach, das Spiel ist so sinnlos Es wäre wenigstens fair, wenn du drei Steine werfen könntest Aber so Und halt